Hallo liebe Leute, wie ihr es schon mit Bokko habt, werden immer mehr weins und Leute krank. Die Epidemie ist in Berlin schon ausgebrochen. Es wird nicht in den Nachrichten berichtet, damit die Panik nicht verbreitet werden soll. Ich glaube es wird mein nächster und mein letzter Vlog sein, denn ich werde es nicht schaffen. Hier kommt schon gleich die Treppe auf, deswegen muss ich ein bisschen leiser reden. Heute rede ich mit euch über Currywurst essen. Das wird heute passieren. Ich weiß noch nicht, ich wandte ihn und mich so eine halbe Stunde ab. Dann fahren wir dahin, schlachten auf dem Weg noch ein paar Zombies ab und dann essen wir sie. Und dann fahren wir wieder zurück und schlachten wieder ein paar Zombies ab. Mehr Infos habe ich eigentlich gerade gar nicht. Ja, was ich heute gemacht habe, ich bin heute ein wenig krank geworden. Ich hoffe nicht, dass ich auch diesen Virus habe. Dann werde ich auch zu einem dieser Fleischfressenden Vollidioten, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Oh ja, ich habe schon ein bisschen Stumpen. Ich weiß nicht, wie die Symptome für dieses Virus sind. Ich könnte es einfach mal in die Kommentare schreiben und vielleicht gibt es für mich eine Heilung. Vielleicht auch nicht. Wie war der Spruch? Keine Rettung, keine Heilung. Ich bin dabei. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir jetzt das überleben. Und das war es von mir. Tschüss, Dennis ist raus. Fuck.